Ja, willkommen zurück zu Tomb Raider 2 Custom Level. In der letzten Folge sind wir in Talian Scudian gelandet, somit das 11. Level des Custom Levels und es gibt insgesamt 13 Level. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also, wir haben schon viel Distanz hinter uns gelassen. Und ja, den Rest kriegen wir auch noch gebacken. Und ich sehe gerade, nein, nein, Yetis, warum? Na ja, muss ich mit leben, leider. Ja, ich habe ein bisschen schon mal offscreen hier rumgeguckt. Was man hier generell machen muss. Und man muss auf jeden Fall hier drauf springen. Ähm, so. Rückwärts war das, ne? Ja. Alles klar. Alles klärchen, Popärchen. So. Ähm. Ja. Für die Yetis werde ich wahrscheinlich... Ja, komm. Die Uzzis. Und wie ihr seht, ich brauche vier tibetanische Masken. Bin ich ja mal gespannt. Achso. Hat auch so schon geklappt. Und? Wird das was? Kommt der raus? Ja, schrei doch nicht. Du brauchst doch nicht so zu schreien. Oh, da kommt der nächste. Da kommt der nächste. Achso, ich wollte schon sagen. Kommt da noch einer? Es sind Tiger. Ja. Fantastisch. Fantastisch. Und hier liegen Granaten. Zwei... Oh, viermal meinte ich. Und ja, Medipack. Wie komme ich hier raus? Können die mich von hier aus treffen? Nö. Haha. Das ist ja mal ein Level. Kommt ihr alle direkt zu mir, ey. Wow. Krass. Hä? Alle in einer Reihe. Ja, cool. Ach, oh Gott. Da kommt ja noch einer. Oh Gott, was war das denn gerade? Okay, das war Lara. Oh Gott. Oh Mann. Das hat mir Angst gemacht. Okay. Die ist von alleine aufgegangen. Ah, da ist eine tibetanische Maske drin. Okay, sonst scheint hier nichts zu sein. Außer, oh. Dreimal Uzi-Muni. Ich weiß gar nicht, wie viel ergibt eine Uzi-Muni? Muss ich mal gucken. 80. Och ja. Passt. Das passt schon. Aha. So. Aha. So. So. Oh je. Ich habe schon gesehen. Stacheln und dann kommt auch noch Tiger. Okay. Und was macht das Dritte? Ah, ja. Diese Sicht manchmal, ne? Ja, komm schon, nimm. Nimm. Aha. Aha. Ey. Ja, gut. Die tibetanische Maske? Ich weiß nicht. Soll... Oh Gott. Soll ich die schon einsetzen? Ich habe keine Ahnung. Ich mache das einfach mal. Achso. Ja. Dann geht die schon mal auf. Cool. Hallo. Hallo. Oh Gott. Hilfe. Die Tiger werde ich dann am besten von hier aus erledigen. Wenn die mal... Sehr gut. So. Am besten weiter nach vorne. Dass ich dann die auch noch kriege. Ja, super. Hallo. Hey, wieso erreiche ich die nicht? Ah. Wie erreiche ich den Tiger? Ach, habe ich mich gerade erschrocken. Sehr gut. Das sind doch bestimmt nicht alle, oder? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nee, nee, nee. So, dann machen wir mal so. Ich höre noch. Ah! Ah! Oh Gott. Peinlich. Peinlich. Was? Da kommt ja dann noch einer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich speichere mal. Mal zur Sicherheit. Ähm, ja. Ich gucke einfach mal hier. Oh. Oh. Mhm. Aha. Höchst interessant. Oh. Oh Gott. Von wo? Oh. Oh mein Gott. Da unten sind zwei tibetanische Masken. Oh Gott. Wie soll ich denn da runterkommen? Wie soll ich bitte da runterkommen? Na ja, erst mal das Medipack nehmen. Ach du Scheiße. Oh. Oh, ich sehe gerade. Da sind zwei Schalter an der Wand. Ah, ich muss die Blöcke. Ah, okay. Okay, okay. Ich habe es verstanden. Und der Soundtrack, mega. Kann ich immer nur wiederholen. Ich meine, ich wiederhole das sowieso immer wieder, aber. Ja. Geil. Also mein Lieblings-Soundtrack ist auf jeden Fall von Tomb Raider 1 und 2. Also ich finde Tomb Raider 3 auch gut und die anderen auch, aber so Tomb Raider 1 und 2 finde ich mit am besten. Ja, so ist das, ne? So ist das. So. Äh, hallo? Die Yetis, die machen mir da echt Angst, ey. Die machen mir echt Angst. Naja. Muss ich wohl durch. Ja, ja. Ja, ja. Die rasten da ja voll aus, da unten. Das gehört sich aber nicht. So. Hui, joi, joi. Ja, cool. Oh, die Yetis, äh, da unten. Die Nerven. Denn, können die nicht einmal ruhig sein? Ich glaube, die müssen ihre Aggressionen freien Lauf lassen. Tja, so ist das halt, ne? So ist das. Das ist aber ein Weg dahin. Hepp. Das ist ein weiter Weg. Auf jeden Fall. Und, hast du es bald? Ja, du hast es geschafft, Lara. Wuhu. Na, super. Na, super. Na, super. Kann ich den von hier oben irgendwie platt machen? Irgendwie... Irgendwie... klappt das nicht. Hä? Hä? Ja? Zeig dich mal öfters. Hallo? Wie sollt ihr nicht gezielt? Hallo, zielst du mal bitte, Lara? Was ist los bei dir? Oh, Lara. Die zielt nicht mehr. Kannst mich mal... Jetzt mal ernsthaft. Mach ich erstmal die andere Seite, damit ich das... auch weg habe. Ah, das Kistenschieben. Das ist auf jeden Fall sehr viel Zeit. Muss ich ja mal sagen. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber, okay. Trotzdem weiß ich nicht, wie ich da runterkomme. Oder kann ich hier irgendwie an der Seite runter? Muss ich gleich mal ausprobieren. Ja, ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Hopp, hopp, Lara. Los. Boah, Leute. Ist euch auch so kalt? Ich meine, wir haben zwar Frühling. Frühling ist wechselhaft. Aber ich habe das Gefühl, es ist nur kalt im Frühling. Aber naja. Ich bin ja so ein Mensch, der eher auf Kälte steht, als auf so ganz warm. Also ich bin absolut kein Sommerfan. War ich schon als Kind nicht. Ja, super. Super, super, super cool. Ja. Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich nach unten komme. Ich finde, hier an der Seite sieht es so aus, als ob man runter kann. Muss ich mal ausprobieren. Ich glaube, ich versuche doch mal besser erst die Seite, weil ich habe den schon mal geschwächt. Okay. Kann man irgendwie nicht runter, aber hier doch, oder? Das sieht so ein bisschen anders aus. Was zur Hölle? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der wird mich kaputt hauen. Der Yeti. Was ist denn. Was ist du denn, ey? Oh nein. Oh nein. sehr gut die tibetanische maske und dann auch noch mal granaten was will man mehr außer dass glaube aha sagt noch mehr granaten jetzt auf die andere seite wow dann hätten wir schon alle tibetanischen masken das ging fix das level ist glaube ich noch lange nicht vorbei wäre sehr komisch wenn es jetzt schon vorbei wäre dann so ist das halt ne so ist das halt ich höre den yeti nicht mehr okay ich mache das lieber so ja den habe ich jetzt leider nicht geschwächt aber egal ja alles gut ich glaube das ist ein bisschen verwirrt kann das sein ha ha und die vierte tibetanische maske ja cool aha ja du sagst es noch mal granaten ich habe den granatwerfer nicht habe ich den eventuell übersehen kann ja nicht anders sein oder ich habe den glaube ich bisher noch gar nicht hier gefunden oder kommt der noch ich habe keine ahnung also es wäre schön weil ich habe weiß nicht wie viele granaten jetzt naja viel ist übertrieben aber ich habe schon ein paar und ich hätte gern die waffe die ist eigentlich sehr gut für diese level hier und wie viele habe ich denn ja seht ihr 16 stück also ein granatwerfer wäre nicht schlecht sage ich euch ja lara geht natürlich wie ein model da durch das ist ihr stachellaufweg ihr catwalk und sie meistert es souverän ich bin sehr stolz auf dich lara du bist auf der nächsten burg drauf auf jeden fall ich frage mich ob ich das überhaupt abschießen kann ich komme da ja so nicht dran das ist das problem oh nicht zu weit ähm speichern auf jeden fall auf jeden fall bamz alter das hat laune gemacht das ging schnell mit dem tibetanisch machen ich hätte gedacht das dauert länger aber cool oh je ein großer raum Konnte ich schon mal ein bisschen sehen. Die Masken sehen aber auch gruselig aus, oder? Voll creepy. Eieiei. P1. Ja. Toller Name. Ah. Und was? Ja. Ich glaube, das macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Okay, okay, okay. Ich weiß ja nicht. Ich speichere einfach nochmal. Ich habe zwar eben schon gespeichert, aber YOLO, ne? Ich gehe jetzt erstmal hier geradeaus weiter. Okay, die ist auf jeden Fall auch auf, aber hier das Tor nicht. Okay, hier ist ja gar nichts. Hier ist ja gar nichts. Okay, ich brauche eine weitere tibetanische Maske. Okay. Okay, dann gehen wir mal auf die Suche. Ich habe Angst. Ah! Was ist die Hölle? Alter! Euer Ernst! Euer Ernst! egal dann geht das dann geht das ja okay 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 oh nein da sind fische fisch ist ja gut bringt mir das wenn ich da unten reingehe ich glaube nicht aber da oben die tore sind zu okay von wo oh gott oh mein gott oh nein bitte das tor darf nicht aufgehen das wäre natürlich geht das auf natürlich geht das auf und ich lande auch noch im wasser wo granaten sind wo granaten sind hilfe vor der blöde ist wie er oh gott das noch ein jäti von wo kommt der hallo von wo kommt der ein nein Nein. Nein. Hä, wo ist er denn jetzt? Wieso? Der ist da oben irgendwo, oder? Hä? Okay, ich sehe ihn irgendwie nicht. Aber naja, das war es jetzt erstmal für diese Folge, Leute. Wir sehen uns dann. Ciao.